Walkout Oh mein Gott In Form Bayern München Hä? Bro, was ist das? Ich habe der Licht gezogen Ich habe der Licht gezogen Hä, ist das gut? Stark Weiter geht's Wie heißt du auf Twitch? Ich heiße auf Twitch Boomy Wir ziehen gerade ein paar Packs, Leute Für Vollbild müsst ihr rübergehen auf Twitch Digger, ich glaube, ich stoße die alle ab Oder? Ja, ich stoße die ab, Digger Ist scheißegal Oder nicht Digger, weißt du was? Egal, weg damit Die bringen nix, Digger Die bringen nix Die sind alle weg Alle in den Müll Alle abgestoßen Premium 81 Plus Packs Aber das ist Voll Müll 400.000er Pack Lohnt sich das? Chat, lohnt sich 400k Pack? Ich weiß nicht, Digger Lohnt sich das? Weiß ich nicht Macht das 100 mal 81 Plus auf Ehrlich? Warte mal Das hier Soll ich lieber das aufmachen, Chat? Let's go, Leute Und Abfahrt Das ist ein Walkout Oha, England Torhüter Ey, das kann nicht gut werden Manchester United Wer ist das, Bro? Erbs Ey, da kommt noch ein Spieler Da kommt noch ein Spieler Das sieht man Digga, wer ist das? Parero Bro, ich hab noch nie so ein schlechtes Pack gesehen Noch nie so ein schlechtes Pack gesehen, Chat Ich spür's euch Obwohl, Corona Alter, wir haben ein 85 Alter, was passiert hier? Warum ist das so ein Bug? Guck mal, Leute Der ist doppelt Ist der mehr wert? Warte mal Eins von zwei Ah, okay Future Stars Live Profis Tony Kroos noch gezogen Chesney noch gezogen Hier ist bestimmt noch irgendeiner der Krasses Ah, schwierig Schwierig, schwierig, schwierig Schreibt unten in die Kommentare Was ihr gezogen habt, Leute Tony Kroos, Alter Krass Tony Kroos noch Den kann man auch gut verkaufen Guck mal, der ist immer was wert, ne? Ich spür's euch Chesney Parejo ist sogar was wert Digga, was? Ich dachte, der ist Oha, Chesney ist sogar was wert Ich dachte, der kostet 850 So, mal gucken, wen wir hier haben, Leute Mal gucken Erbs Die ist bestimmt auch was wert, ne? Krass Also 100 K das Pack Ungefähr Ungefähr Chalanol Sogar Chalanol Das wär gleich Krass Das kann man auch reinpacken Deine Mama ist süß, ey Warum, Schatz? So, Hernandez Den kann man auch reinpacken So, Leute Jetzt kommt ein krasser Ich sag's euch Ja, du hast nur geschrieben Deine Mama ist süß Mehr hast du nicht geschrieben Also mehr kamen auf jeden Fall nicht durch Also das könnte auch krass sein Wir ziehen das Pack, Leute Oder Oder ziehen wir ein Halbzeit Atomik Seltenes Plus Pack Let's go, Leute Ich bin gespannt, Leute Was ich jetzt ziehe Ich hab keine Ahnung Let's go, Leute Seite bereit Okay, Deutschland ZOM Marco Reus Leverkusen Florian Wirth Alter Den hab ich sogar gesehen Hofmann, Bro Hofmann Egal, nächstes Pack Kommt direkt hinterher Machen wir gleich direkt Nächstes Pack hinterher Dreimal seltene Goldprofis Okay, das nehmen wir mal Aber Hofmann glaub ich Kein Geld, ne? Der kostet glaub ich nichts Ich glaube, Hofmann Kostet wenig Gar nix sogar Krass Kostet hier Otamendi Otamendi war doch früher Bei Manchester City Chat, oder? Ich glaube, das war Otamendi von Manchester City Oder nicht? Ich glaube, das war der Bin mal gespannt Ich glaube, das war Otamendi Atomik Pack Der ist bestimmt auch Krass Future Stars Enthält 5 Goldprofi Items Davon garantiert Mit 85 Gesamt Oder höher Was heißt das, Bro? Das ist doch bestimmt Voll das krasse Pack Oder nicht? So, weiter geht's Seid ihr bereit Für das Pack? Ich bin gespannt, Leute Ich bin wirklich gespannt Was wir ziehen So Let's go Könnte sein, dass man Einen richtig stabilen zieht Guck mal, warte Was gibt's hier noch? Future Stars Icon Spieler sogar Unter 1% Aber kann auch kommen Future Stars Normal Sind 300k Team of the Week 12% Goldspieler 75 plus Also kann man auf jeden Fall machen Kommt auf jeden Fall rüber, Leute Kommt auf jeden Fall rüber auf Twitch Sechs Leute nur noch Drüben auf Twitch Sechs Leute brauchen wir nur noch Wir brauchen nur noch Sechs Leute rüber Kommt alle schnell rüber, Leute Sechs Leute nur noch Alter, ich bin sehr gespannt Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute Sechs Leute noch drüben Beallt euch, Leute Ich bin wirklich gespannt Ob man einen krassen zieht Alter Das wäre wirklich Das wäre wirklich maximal Wenn ich jetzt noch Einen dicken ziehen würde 300k Dann habe ich 400k Damit könnte man sich auch Theoretisch ein gutes Team bauen Oder weiterhin Packs investieren Ne? So Leute Seid ihr bereit? Kommt alle schnell rüber So Leute Ich bin wirklich gespannt Was jetzt abgeht, Leute Seid ihr bereit? Pack kaufen Es geht los Monkey Knuffel Ehrenmann Dankeschön, dass du gefolgt hast Du bist jetzt in meinem TikTok-Video So Leute Seid ihr bereit? Möchtest du dieses Pack wirklich erhalten? Jetzt let's go, Alter 55k Pack Let's go, Leute Jojo, da ich Digga Digga, ich hab mir in Form gezogen Halt's Maul Den hab ich gezogen Alter, der ist krass 85k Pack Adebayo Der ist safe was wert Ist der was wert? Chat, ist der was wert? Ist der was wert? Weiß das jemand? Adebayo Alter, warte Wir machen mal weiter 85 85 Digga, der ist safe was wert 25k oder so Digga, kann den jemand für 65 direkt kaufen? Nächstes Pack zieh mir gleich Nächstes Pack kommt direkt hinterher, Leute Tippt alle auf den Milchschirm Okay, den packen wir rein Einen von zwei Futures Welcher ist davon? Ja Digga, den nehmen wir einfach Eigentlich brauch ich diese Future-Stars-Spieler nicht Die stoße ich eigentlich immer ab Ich weiß nicht, Future-Stars-Spieler stoße ich alle ab Außer die sind was wert Ich hab alle abgestoßen Mein Future-Stars-Pack Hab sechs Future-Stars gezogen Ich guck jetzt Digga Bei dreimal selten ne Gold-Pack Da könnte auch was kommen So Leute, ich bin sehr 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 gespannt Ob wir jetzt eins Adebayo ist eigentlich Weiß nicht Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare Let's go 25 Zuschauer bei Portugal Torwart Ach Digga Ich dachte, Ronaldo kommt Okay, krass Wer ist das? Diego Costa Diego Costa nichts wert, ne? Ist nichts wert, Chat Diego Costa Ist nichts wert Kann man abstoßen So Leute, weiter geht's Wen haben wir hier noch? Eikäsen Was haben wir hier noch? Er ist eigentlich nichts wert Ne, ne, den kann man auch abstoßen Alter, ein Ehrenmann Einer hat für Toni Kroos 11.000 gegeben Ich bin so stolz auf dich Digga Wer von euch war das, Alter? Ey, kauft den mal bitte für 17 jetzt ab Einer hat für Toni Kroos 11.000 gegeben Macher, Alter Macher, Junge Er hat mir einfach gegönnt Er hat mir gegönnt, Junge Er hat mir 11.000 gegönnt Der andere 3.6, Alter Also ich sag euch ehrlich In diesem Pack Kann man wirklich Geisteskranke Spieler ziehen Also so wie es aussieht Kann man in diesem Pack Weiß nicht Warte, ich guck mal Also man kann einen Goldspieler 75 plus ziehen Goldspieler 82 plus Goldspieler 90 plus Bro, ist das das wirklich? 5% Krass Team of the week Sag euch ehrlich Wir öffnen jetzt zusammen Dieses Pack, Leute Tippt alle auf den Bildschirm Macht gerne das Plus weg Ich würde sagen Es geht los, Leute Ey, ich bin sehr gespannt Ich hab keine Ahnung, was man zieht Walkout, Messi Keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, Leute Let's go Okay, das ist schon mal gut Deutschland Das ist schlecht Stürmer Das ist noch schlechter Wolfsburg Ich hab Pop gezogen Wen noch? Van Dijk Bro, ich hab Van Dijk gezogen Hä, ist Van Dijk nicht gut? Chat, ist Van Dijk nicht gut? Oh mein Gott Ich hab Van Dijk gezogen Im 125 Kp Aber ich glaube, der ist nicht so viel wert, ne? Ist Van Dijk so viel wert? Alter, ich dachte mir Wer kommt? Stürmer Wolfsburg Ich dachte mir, okay Irgendjemand kommt Einfach Van Dijk noch dazu Das ist, glaube ich, krass Ich glaube, der ist gut Macht auf jeden Fall das Plus weg, Leute Fürs nächste Spec Ey, ich sag euch ehrlich Ich glaube, Van Dijk ist krass Ist Van Dijk gut? Ja? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott 66.000 Die ist, glaube ich, nicht so viel wert 10k, okay Warte, wir gucken mal 30 Sekunden noch Vielleicht haben wir Glück Wir sind drüben auf Twitch, Digi Kannst gerne rüberkommen Wie heißt du da? Boomy Boomy-Live Mit Doppel-E Die kann man für 22,500 verkaufen Geil 10 gegiftete Ich stoß ab Ich stoße Van Dijk ab Ich sag's dir Was muss ich machen? 10 Subs giften Ich stoß den ab Fertig Dann ist sogar der Hype Train Dann haben wir sogar Hype Train voll Stoß ab 10 gegiftete Subs 10 Subs, Leute Wenn jemand 10 Subs reinkloppt Stoß ich ab Ist so Oh Mann Boomy ist verrückt So, warte mal Ich guck mal Ich hab ja eh 100k jetzt Sozusagen Über 100k 140k hab ich sogar Ich glaube, das Pack öffne ich jetzt mit Coins Vieles macht Sinn Aber bei EA gibt es Ach, Digga Ich weiß nicht, Leute Hurra, wir haben 200.000 Coins, ne? Alter Bro Ich hab 200k Coins Warum hab ich so viel? Ey, irgendeiner wurde für viel verkauft Ich hab 200.000 Coins gemacht Oder ich sage Ey, warte Ich teste jetzt was, okay? Ich teste jetzt was Es könnte auch sein Dass ich einen dicken Dicken Dings Dicken ziehe So, mal gucken, Leute Ob wir in einem Vorschau-Pack Während der Future-Star-Season Ob wir da was Heftiges ziehen Ich bin sehr, sehr gespannt Und Wir ziehen Premium Gold Vorschau Let's go Deutschland Okay, das ist gut Deutschland LF Bayern Jule Brand Alter von Baller League 91 Tempo Wie verrückt, Alter Das ist wirklich Okay, das ist wirklich verrückt Aber die kostet, glaube ich, nichts, ne? Als ob, Junge Okay, wollte schon sagen Wollte schon sagen Krass Okay, doch nicht was krasses Leider Vielleicht beim nächsten Mal, Leute Macht das bloß weg Und kommt auf Twitch Boomy Unterstrich Live Mit Doppel E Bis gleich Let's go Oh man, Leute Ich hoffe, ich ziehe einen krassen Mann Ist so schwer, ne? Ist so schwierig, Leute Wirklich Warte kurz Messie 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 Aber jetzt müsste es gehen Jetzt könnte ein Messie kommen Leute Alles für den Bierkönig Oh, warte, Mann Aber es könnte Es könnte kommen Es könnte kommen Ich sag euch ehrlich Zeigt mal Bierkönig Ja Let's go Wartet Es wird Zeit für Ronaldinho Sagt ihr so, wie es ist Es wird Zeit für Ronaldinho Wie viel kostet Ronaldinho? Warte mal Wie viel kostet Ronaldinho? Schreibt rein Twitch Ich bin gespannt, Leute Ich bin wirklich gespannt Ein Ronaldinho Und ich geh nach Hause Ich helfe euch Zieh jetzt einen richtig krassen Und ich clip's nicht, ne? Ey, ich schwöre Dann raste ich richtig aus Stell dir vor Du ziehst einen richtig heftigen Leute Ihr könnt es euch nicht glauben Wir haben auf jeden Fall Ein Jubiläum zu feiern Wir haben auf Twitch Die 200 Eins Follower Alter Ich glaube eins 201 201 Follower Und dafür müssen wir das Jubiläum feiern Und zwar Ein Digga, wie heißt das? Mein Kopf rattert Ein FIFA Pack Jetzt hab ich's, Alter Mein Ein FIFA Pack, Leute Und zwar das 120.000er Pack Und wir schauen jetzt Wenn ihr noch nicht auf Twitch folgt Ich heiße Boomi-Live mit Doppel-E Da ziehen wir mal Packs Zocken Fortnite Kommt gerne auch rein Wir ziehen das nächste Pack, Leute Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt Das kann einfach nur gut werden Let's go, Leute 120k Pack Oder warte mal kurz Warte mal Digga, ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Was gerade passiert ist Aber egal Wir haben ein 20 seltene Gold-Profi-Pack Egal Bestes 200 Ey Da muss man sagen, Leute Da muss man sagen Ich hab das beste 200er Abo geschenkt bekommen Und zwar Bixby Da Boomi Unterstrich Live So Seid ihr bereit? Ey Ich bin wirklich gespannt Ob wir einen ziehen, ne? Sagt ihr ehrlich So Wir ziehen jetzt einfach Ich ziehe jetzt einfach runter Fertig Abfahrt Digga Der ist besser Ich hab keine Ahnung Wen hab ich gezogen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Okay, weiter geht's. Weiter geht's, Leute. So, mal gucken. Twitch, ich sag euch ehrlich, so wie es ist. Wenn der mir jetzt was Geiles bringt, dann ziehen wir direkt das 120k-Pack mit. Aber der muss erst mal bringen. Der muss erst mal gut sein. So. Bro. Die Leute auf Twitch lachen mich einfach nur noch aus. Es ist einfach so. EA hat mein Pack genommen. Die Leute auf Twitch, die lachen mich nur noch aus. Es ist so schlimm. Ich will es nicht wissen. Ich gucke nicht mehr in den Chat. Ich gucke nicht mehr in den Chat. Eigentlich, wenn du überlegst, ein 120k-Pack müsste ja wirklich was richtig Gutes sein. Da müsste ein Ronaldinho drin sein. Wenn man so die Stats anguckt, Goldspieler, ne? Und alles drum und dran. Aber, ich sag euch ehrlich, wir ziehen das Pack jetzt. Und wenn in diesem Pack nichts drin ist, ich weiß es nicht, Leute. Also, es kann sein, dass hier ein richtig geistkrankes Pack kommt, ne? Wie gesagt. Und Leute fragen immer in den Kommentaren, ey, was ist denn da drin? Digga, dann guck das Video. Guck das Video, Junge. Schau das Video durch, dann weißt du, was da drin ist, Mann. Jetzt geht's los. Alter, der ist blau. Hä? Warum bin ich behindert? Alhilal, ZM. Was hab ich gezogen? 86 plus? Ey, da kommt noch ein Spieler. Da kommt noch einer. Hä? Bin ich behindert? Da kommt keiner mehr. Aber da kam doch voll schneller Spieler. 86, Leute. Wen haben wir noch? So, Leute. Nächstes Pack. Direkt 20 seltener. Und? Wir haben? Alter, England. RV. Oha. Ich hab Alexander Arnold gezogen. Ich hab Alexander Arnold gezogen. Alter, was geht jetzt ab? Ein Gratis-Pack? Alexander Arnold. Im Gratis-Pack, Bro. Alter, das hab ich nicht mal geklippt. Alter, ich hab mich gerade beschwert, Leute. Und ich hab in dem Gratis-Pack Alexander Arnold gezogen. Wer weiß, was dahinter ist? Das gucken wir uns jetzt an. Im Gratis-Pack, Bro. Im Gratis-Pack. Ich hab mich gerade noch beschwert. Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf. Und dann sehen wir uns später wieder, Leute. Haut rein. Macht's gut. Und... Umis Roast. Ciao.